Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Ja, wir zusammen. Und was gibt es dort? Diese riesen Champignon Pfannen. Diese Schmorfannen. Schöne Portionen Champignons mit Schnittlauchjoghurt und richtig Bums. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Olivenöl in die Pfanne. Butter dazu. Meinen Schnittlauch. Etwas Zitronensaft und gut durchrühren. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Schöne Pfannen Champignons. Viel Spaß und schöne Weihnachtszeit.